Mein Name ist Jacqueline, Jacqueline Darke und als ich noch ganz klein war, haben die Leute zu mir gesagt, du bist unmöglich und da habe ich mir gedacht, das mache ich professionell, ich bringe die Unmöglichkeit zu ihnen und das Gute bei mir ist, ich verbinde sehr viele Lebensalter in einer Person, auf der einen Seite, man könnte sagen, ich bin vielleicht ein halbes Jahr alt, so oft war ich schon draußen unterwegs, man könnte sagen, ich bin zwölf Jahre alt, weil so lange gibt es mich schon und man könnte sagen, ich bin 51 Jahre alt, weil so alt ist der Körper, in dem ich stecke und mit all diesen Sichtweisen und Perspektiven gucke ich auf die Welt und glauben Sie mir, da sieht man die Welt völlig anders und dieses Wissen, das stelle ich Ihnen zur Verfügung.